Was passiert denn, wenn ich das entferne? Nix passiert. Dann nehme ich erstmal den weg. Dann war das weg. So, das macht es jetzt gerade für mich schwerer, aber irgendwie unwahrscheinlich, dass das alles ist. Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwie eine Erfahrung mit hochkommt oder so. Da kann man wohl nichts machen. Gut. Aber bin ich hier wieder stylisch drüber gekommen. Auf jeden Fall besser und schneller, als ich erwartet hätte. So. Tu mal dich mal weg. Dich mal weg. Die halten hier echt Null aus. Interessant dann. Das da reinlegen. Und rüber. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Das war unfair. Haha. Ach, ich muss wieder. Okay, da brauche ich ihn. Okay. ich muss ja erst das Teil aufmachen 23 von 35 11 von 20 Nun gut Sehr schön Das Rad ist da noch Okay Ich hatte irgendwie erwartet dass dieses Rad im Hintergrund ist Da kann ich unmöglich runter denke ich mal Also hoch So Dann können wir einen Moment spielen Wie viele von euch Vögeln denn noch? Ich störe mich nicht wenn ich zauber Wow Ich bin anders an den Trank ran Ich weiß das dann Da war doch eben noch ein Trank Oh well So Waren das endlich alle von euch? So Dann gehe ich halt suchen Und noch mehr Skelette Der Kampf ist wirklich etwas einseitig Denn nach Skeletten kommen noch mehr Skelette und wenn man die Skelette besiegt hat teleportieren sich noch mehr Skelette hier hin Das scheint so als wäre da nichts Da oben ist was Und wo kam der Fall bitte her? Ach der hat als ich da oben her geschwungen bin geschossen Warum trifft er mich hier? Da Gut Also zumindest einen habe ich da runterbekommen Jetzt bin ich nur noch den anderen wegbekommen und natürlich die Teile die hier die ganze Zeit neu spawnen Ach nervig Woran klettert der bitteschön? Die klettern in der Luft das will ich auch können So war's das mal Okay Ich seh schon Hm Das ist auch ein bisschen blöd Gut Jetzt Gut Gut Hat er mich im Flug abgeschossen? Gut Dafür habe ich den jetzt tot Und jetzt habe ich offiziell ein Problem Vor allem wenn er nicht springt Und ouch Und Dann noch so einen Long Range Shot In den Rücken Gucken was ich da vorher übersehen habe War's nicht vollkommen umsonst Dass ich gestorben bin Alles aus Gestatten Trotzdem Kriegt er einen auf den Sack Ich höre doch wie ich euch treffe Okay Dann machen wir halt wieder erstmal die Stacheln zu Gut Speichepunkte erreicht Irgendwas hier oben Hm Ich denke mal nicht 31 von 35 Aber noch sehr viel Gegner Erfahrung die fehlt Aber ich Habe ich schon gut Erfahrung Gegner getötet Hm Jetzt runter Er hat zwei mehr Funk In kurzer Zeit bekommen Ich will da erstmal ein bisschen hochgucken Ihr nervt Habe ich nicht gesagt Dass ihr nervt Meine Güte Wollen wir uns gerade Sich auf etwas anderes am konzentrieren Das spawnen die wieder Boah Können sie wenigstens etwas schneller spawnen Wir machen jetzt mal einen Groß Gut Ich glaube da oben ist nichts Also ab in die Tiefe Das ist ein cooler Aufzug Gefällt mir sehr Das war gut versteckte Erfahrung Noch 3-3 Vielleicht mal wieder so ein kleiner Zwischenboss Könnte ich mir vorstellen Der dann 3 Erfahrung bringt Noch 2 Checkpoint Das ist irgendwo Ein Skidete Getötet worden Für die einiger Erfahrung Ja Irgendwie töten die sich gerade Nur wieder selber 19 von 20 Wie ist das schon gerade Die ganze Zeit Spawnmöhre Und wie ist das Skelette regnet So Wie viele von euch Wenden noch hier rum Mindestens einer Ist einer mal wieder nur als Mehl runtergekommen Nein Nein Ja Da oben sächer fahren Das ist schon mal gut Ich glaube wenn ich hier drauf gehe Oh 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 Stopp stop stopp Und an dem Zier An dem Zier An dem Zier Dann mache ich es mal wieder mit dem Teil Okay Das macht das Tor Und ich habe nicht getroffen Okay Was muss ich dafür beachten Dass ich da dran komme Oh Oh Hay Nein, nein. Noch diese beschissene Position. Was ist das auch schon? Mach ich jetzt erstmal nicht. Boah, wie viele sind das? Soviel zu dem Thema. Dann wenigstens mal alle auf einmal. Dann halt so. Ja, Herr Jott. Und jetzt kann ich mich wieder um wichtige Sachen kümmern. Allein schon, weil es da für ein Achievement gibt. Wenn ich das Rätsel löse. Ich bin der Zettel. Also, wenn ich das Rätsel löse. Dann geht's mal ab. Ich bin der Zettel. Also, ich bin der Zettel. Also, ich bin der Zettel. Und dann habe ich den Zettel. Ich bin der Zettel. Und dann getrennt. Und dann wird das Rätsel. Und dann hat der Zettel. Frag mich nicht, wie ich da plötzlich dran gekommen bin. Und es war kein Rätsel, es war einfach nur dämlich. 35 von 35, 25, Village Master. Iron Forge, nächster Teil. Wir haben bald eine Rundreise gemacht. Meine Güte, da hätten wir auch schnell reinkommen können. Man sieht sich.